2, 1, lift off, lift off. Zu welchen Horizonten wird der Mensch aufbrechen? Und was wird er dahinter finden? Das ist natürlich auch ein persönlicher Traum von mir, ein bisschen weiter rauszuschauen, ein bisschen Licht in das Dunkel zu tragen. Was ist da draußen noch? 166 Tage war Alexander Gerst im Jahr 2014 auf der Internationalen Raumstation. Er zeigte uns die Erde aus seiner ganz persönlichen Perspektive. Wohin wird er den Blick auf seiner nächsten Mission richten? Bei der Blue Dot Mission ging es darum zu zeigen, wie schön und wie zerbrechlich unsere kleine blaue Erde ist. Und für mich hat das unweigerlich zur Frage geführt, was ist denn da noch da draußen in diesem schwarzen Universum? Gibt es da noch andere Orte, die es zu erforschen gibt? Horizonte hinter unserem blauen Erdhorizont? Mit gigantischen Teleskopen scannen Astronomen den Nachthimmel. Sie entdecken völlig neue Welten. Erstmals verfügt der Mensch über die Technologien, die großen Rätsel des Universums zu entschlüsseln. Wir entdecken neue Kontinente, wir entdecken neue Planeten. Wir kennen nur einen einzigen Planeten, der von Leben bewohnt ist. Womöglich gibt es aber da noch mehr von. Und das würden wir gerne rausfinden. Dafür müssen wir aber da rausfliegen. Die Rückkehr zum Mond ist in Planung. Als Zwischenstation auf dem Weg zum Mars. Was gestern Science Fiction war, könnte schon bald Wirklichkeit werden. Unbemannte Sonden haben auch den Mars längst erreicht. Doch wie kann der Mensch dort überleben? Astronauten wie Alexander Gerst experimentieren auf der ISS für den nächsten großen Schritt. Horizonte können aber auch wissenschaftlicher Natur sein. Wir fliegen den Weltraum raus, um uns selbst neu zu entdecken, wie das Leben funktioniert. Wie können Raumfahrer ihren Körper für Langzeitmissionen zum Mars rüsten? Wie funktioniert der Stoffwechsel in der Schwerelosigkeit? Statt Essen aus der Tube, Weltraumsalat. Das Ziel sind Biosphären im All. Wie werden Astronauten und Roboter zukünftig zusammenarbeiten? Auf der Horizons-Mission soll ein fliegendes Gehirn mit an Bord gehen. 6.000 Trainingsstunden bis zum Start. Alles muss geübt werden. Eine Notlandung in Sibirien bei minus 30 Grad. Fliehkräfte von 6G, wie sie beim Landemanöver entstehen können. Ein Feuer an Bord. Als erster deutscher Kommandant wird Alexander Gerst die Verantwortung für die Raumstation übernehmen. Ich muss sagen, ich habe sehr viel dazugelernt, seitdem ich als Kommander auf diese Mission trainiere. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass das ein Job ist, der sehr viel weiter geht, als ich am Anfang gedacht hatte. Ich bin ja schon mal geflogen und ich hatte einen Kommander. Ich habe gesehen, was der tut. Aber ich glaube, das meiste, was er getan hat, das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass man versucht, die Kommunikation am Laufen zu halten zwischen den verschiedenen Teams. Dass man schaut, dass das Training gut läuft. Dass alles glatt geht. Natürlich, dass man eben auch schaut, dass man seine Erfahrungen weitergibt und dass man die Familie zusammenhält. Mehr als 1000 Experten machen die Expedition ins All möglich. Sie alle bringen ihr Know-how ein, damit die Mission Horizons gelingt. Ich denke, eines der schwierigsten Dinge im Astronautentraining ist, das zu bewerkstelligen, was da auf einen zugeworfen wird. Du denkst, warum wird das und jenes von mir verlangt. Manchmal fühlt es sich so an, als ob die Leute dir Steine in den Weg legen. Aber tatsächlich ist es so, dass all diese Leute um uns herum uns helfen wollen. Die wollen uns so viel Informationen wie möglich geben, um uns zu helfen, um unseren Job gut zu machen. Und tatsächlich ist es ein Kompliment, dass sie uns diese magische Maschine anvertrauen. Die internationale Raumstation, die von 100.000 Menschen zusammengebaut worden ist. Und wenn man das so sieht, dann ist es eine riesige Ehre auf alle Fälle. Als Astronaut wird Alexander Gerst dazu beitragen, dass wir Menschen noch höher hinausfliegen können. Wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde sofort auf dem Mond landen, auf dem Mars. Ich würde schauen, gibt es da noch Leben.